Du und deine NaSH-App. Der Beginn einer wunderbaren Verbindung. Einfach, mobil, unterwegs. Erstmal grob kennenlernen und einen Überblick darüber verschaffen, was deine App alles kann. Du gibst zwei Adressen oder Haltestellen ein. Deine App sucht dir die passenden Verbindungen. Du gibst eine Haltestelle ein. Deine App zeigt dir, wohin du von dort aus fahren kannst. Du hast die Standorterkennung in deinem Smartphone freigeschaltet. Dann zeigt dir deine App die Haltestellen in deiner Nähe. Hier sind deine Fahrkarten sicher abgelegt. Und du kannst dir Tages-, Fahrrad- und Kleingruppenkarten für das gesamte Verkehrsnetz Schleswig-Holstein und nach Hamburg kaufen. Du hast ein Semester- oder Job-Ticket? Du kannst dich entscheiden zwischen Papier und Digital. Denk dran, deine App vergisst das Ticket nie. Nach dem ersten Kennenlernen geht es ans Wohnung einrichten. Richte dein Home ein, wie es dir gefällt. Du und deine Na-SH-App. Das passt. Das kannst du dirемся... Bis zum nächsten Mal.